Peace, Freunde der gepflegten Investitionen. Heute mal wieder mit einem Kaffee und Krypto. Wir haben heute XRP Deutschland hier, Sinan und Luis, haben heute auch wieder 10 Fragen für sie vorbereitet. Ihr seht schon im Hintergrund, sind auch XRP, ich weiß nicht, Maxis, können wir gleich nochmal drüber reden. Auf jeden Fall freut mich, dass ihr heute hier am Start seid. Für euch natürlich, checkt gerne ab. Ist auch wieder im Titel natürlich mit dem Kanal und sonst lasst natürlich sehr, sehr gerne ein Däumchen da. Ich würde aber sagen, wir legen direkt los. Aber erstmal zu euch zwei, wie geht's euch? Und freut mich, dass ihr hier seid. Ja, danke Dave. Freut mich auf jeden Fall, dass wir auch hier sein dürfen, erst mal gesagt. Und mir geht's auf jeden Fall sehr gut. Ja, danke, danke für die Einladung, Dave. Super nett, dass du uns eingeladen hast. Und wir freuen uns auf jeden Fall, die Fragen zu beantworten und alle mitnehmen auf die Reise rund um XRP. Perfekt, sauber. Dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Ihr kennt die erste Frage wahrscheinlich schon. Klassisch, wann habt ihr angefangen mit Krypto und was waren eure ersten Käufe? Also ich bin Mitte 2018 eingestiegen, ziemlich nach der SEC-Klage und mein erster Kauf war auch XRP. Also ich bin direkt zu Ripple XRP gekommen. Okay, nice. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin, das hört sich voll strange gerade an, bin 2017 in ein Taxi eingestiegen und der Taxifahrer hat mir von Kryptos erzählt, dies, das, jenes. Und ich dachte mir, hä, was erzählt der da? Und ich habe das mitgenommen nach Hause. Und am nächsten Tag war ich wirklich an der Taxizentrale und habe diese Person aufgesucht. Und diese Person hat mir das echt beigebracht, also wirklich bei Binance damals angemeldet und hat mir das so gezeigt, so in der Taxizentrale noch. Ich habe es noch genau vor den Augen und voll die heftige Geschichte und so bin ich zu Kryptos gekommen. Also es ist sehr lustig. Auch auf jeden Fall nicht so der normale Weg, aber hat er dir dann auch von XRP erzählt oder wie lief das ab? Ich habe damals tatsächlich 25 XRPs gekauft und er und ein paar andere Kryptos. Diese anderen Coins, die ich damals gekauft habe, gibt es übrigens nicht mehr. Also die gibt es wohl, aber die sind auf Null gegangen quasi, weil ich irgendwie so die Kleinen damals gekauft habe. Deswegen sagen wir auch immer wieder, dass irgendwann mal sehr viele Kryptowährungen verschwinden werden. Und das ist damals passiert. Also die Kryptowährungen, die wir damals hatten, die gibt es, also einige gibt es, klar. Die Großen und die Starken, aber die Kleineren, die man damals gekauft hat, die sind viele von denen sind verschwunden. Und das wird bald auch so sein, weil du weißt ja selber, Dave, der Markt ist voll mit Kryptowährungen. Ich weiß nicht, was war es letztes Mal? 20.000 oder was weiß ich. Also was da alles gibt es heutzutage von Token bis Kryptos und, und, und. Also da gibt es ja alles mittlerweile. Ja, das ist heftig. Also ich bin auch jemand, ich würde jetzt auch nicht in jeden Coin blind rein oder in alles, was niedrig ist oder in jedes Low-Market-Cap, was kurz irgendwie einen Hype hat. Klar, kann man machen, aber man muss dann halt gerade bei solchen Projekten nochmal viel krasser einfach aufpassen. Wann stoße ich ab? Was passiert? Ist es aktuell noch seriös, nicht seriös? Also schon sehr schwierig. Also wie du sagst, viele Projekte, die jetzt halt, keine Ahnung, 2017, 16, 15 oder so interessant waren, die gibt es halt einfach nicht mehr oder sind einfach nicht mehr wirklich am Start. Aber zurück zu XRP, ich meine, ich sehe es ja auch schon im Hintergrund, ihr seid auch Fan oder ihr sagt es natürlich auch auf dem Kanal, finde ich sehr, sehr krass oder stark. Was ist aber eure Meinung zum Preis, so gerade jetzt in Bezug auf den nächsten Bullrun oder auch, wenn wir noch ein bisschen weiter strecken, auch auf den Bullrun da rauf? Also was seht ihr für Preise bei XRP? Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Frage, gerade Preisprognosen, weißt du ja selber. Aber ich persönlich unterteile das immer so ein bisschen. Also die Frage ist natürlich, ob wir im nächsten Bullrun schon den Use Case von XRP sehen, also ob dann schon die Anwendungen am Start sind. Und wenn wir wirklich die Anwendungen sehen, ich meine, wir sind im Bereich Smart Contracts, DeFi, Metaverse und NFT-Bereich und speziell dann noch hier im ODL, das On-Demand-Equidity mit grenzüberschreitenden Zahlungen und Derivaten-Bereich. Und wenn wir da wirklich diese Anwendungen alle sehen werden, glaube ich schon, dass wir zwei bis auf jeden Fall dreistellige Preise auf jeden Fall sehen werden. Falls wir die Anwendungen noch nicht sehen werden, glaube ich persönlich, dass wir unseren All-Time-High auf jeden Fall knacken werden und bis 10 Dollar auf jeden Fall kommen könnten. Also das ist meine Prognose dazu. Und bei dir Sinan, was meinst du? Bei mir ist das auf jeden Fall ganz, ganz anders. Kurze Einblendung von BingX, Link ist in der Videobeschreibung, schaut sehr, sehr gerne rein, ist natürlich eine Plattform, wo man ganz normal kaufen kann, ist aber auch eine Plattform, wo man Copy-Trading machen kann, auf verschiedenen Risikostufen, heißt 1, 2, 3, ist eher konservativ. Alles darüber ist natürlich dann umso mehr Risiko bis 10, deswegen natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber wir haben auch eine Telegram-Gruppe, heißt dort werden auch nochmal Fragen beantwortet etc., die ist auch unten verlinkt im angepinnten Kommentar. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut sehr, sehr gerne rein, ist halt was für die Leute, die nicht aktiv selber traden können, die vielleicht jetzt nicht jahrelang damit Erfahrung haben, uns dann halt einfach anderen überlassen, die eine gewisse Statistik einfach vorzuweisen haben. In diesem Sinne, für alle die Bock drauf haben, schaut es euch an, weiter im Video. Wir sind verschieden, was XRP und die Preise angeht jetzt, und zwar folgendes, wir fangen mal ganz klein und ganz ruhig an. Wenn die Klage vorbei ist, kriegen wir auf jeden Fall einen Push, das ist denke ich mal jedem klar, ist klar, die Nachricht kommt raus, innerhalb 72 Stunden wird XRP auf sämtliche Börsen gelistet, also wirklich sämtliche Börsen, ganz Amerika, von Amerika, Amerika, Kanada, Alaska, dies, das, jenes, überall, wird überall, wo XRP rausgenommen wurde, wird XRP wieder auftauchen. Dann kriegen wir sowieso einen Push. Viele gehen davon auch aus, also Binance USA, da, allein da, schon gelistet zu werden, das gibt einen heftigen Push. Coinbase, zweitgrößte Börse der Welt, wenn die XRP listen, wir wissen, letztes Jahr wurde mal kurz, gab es mal ein Lack, wurde XRP gelistet, die haben innerhalb einer Minute, hat man schon gesehen, wie die Kurve hochging, weil die Leute durchgedreht sind. Und das wird auf jeden Fall, denke ich mal, wieder einen Push geben. Wenn ISO 20022 startet, wir wissen alle, die haben jetzt gestartet, es ist aber nur die Testphase, die gestartet ist. Wenn die wirklich mit XRP zusammen starten werden, das dauert noch ein paar Jahre, jetzt ist die Testphase, dann könnte auf jeden Fall der Preis nochmal zusätzlich gepusht werden. Wenn alle Banken, wir reden nicht nur von großen Banken, wir reden von allen Banken, wenn ODL startet, die ganze Welt innerhalb vier Sekunden, Dave, innerhalb vier Sekunden eine Überweisung, während man woanders, sage ich mal, tagelang wartet. Wenn du in die Heimat was schickst, du wartest tagelang, die Kohle muss da ankommen, aber die kommt nicht sofort an. Aber mit Ripple-Technologie innerhalb vier Sekunden, also wirklich angekommen und das Ratzfatz, es kostet nur ein Bruchteil von einen Cent, kostet eine Transaktion von XRP. Das ist für die Banken auf jeden Fall lukrativ und das ist alles so krass, auch wenn wir der digitale Euro, der digitale Dollar, darüber haben wir auch schon mal mehrere Berichte gezeigt und auch Beweise gezeigt, dass die irgendwann mal mit XRP zusammenarbeiten werden, dass die XRP verwenden werden, Ripple-Technologie verwenden werden. Zwift zum Beispiel mit dem Patent, es gibt mehrere Patents, diese Patents sind nie ans Tageslicht gekommen. Diese, die haben mit Zwift zusammen Patents angemeldet, darüber hat auch kaum jemand berichtet, aber Ripple wird nicht als Konkurrenz zu Zwift sein, sondern die werden miteinander arbeiten und das ist für mich auf jeden Fall sehr, sehr krass. Wenn die nur ein Prozent von Zwift übernehmen würden, würde das nochmal einen Push geben. Und jetzt kommt auf jeden Fall auf der Torte, sag ich mal, die Kirsche drauf und das ist der Derivatenhandel. Wir wissen alle, dass Ripple auf jeden Fall irgendwann mal ein Stück vom Derivatenhandel möchte und Derivatenhandel, das ist riesig, also wirklich so krass. Der Derivatenhandel ist eine Trillion Dollar wert, okay, während der Kryptomarkt eigentlich noch ganz, ganz klein ist. Eine Trillionen Dollar, das ist eine Eins mit 19 Nullen dahinter. Wenn XRP wirklich da mit einsteigen würde, also Ripple mit seinen XRPs, das wäre so heftig, also da wäre, die würden, wenn die 0,1 Prozent des Derivatenhandels übernehmen würden, da kann man sich gerne ausrechnen und ich kann euch das gerne ausrechnen, also da wäre 31.000 Mal so hoch, also der Preis würde so heftig hoch gehen. Wir haben schon mal aus Spaß ausgerechnet, wenn die nur 0,1 Prozent übernehmen würden, dann wäre das eine Summe von 6.750 Dollar. Diese Preise stelle ich mir nicht vor und diese Preise werde ich jetzt definitiv jetzt nicht sagen. Es ist möglich, Dave, es ist auf jeden Fall möglich und wir wissen auch, dass du auf jeden Fall ein XRP-Sympathisant bist und du bist nicht umsonst drin mit so viel Gelder und so viel XRP-Sympathis, aber ich gehe stark von aus, wenn du die Antwort hören willst. Ich warte eigentlich auf die 100 Dollar und ich denke mal, die 100 Dollar wird zügig kommen. Okay, aber sagen wir mal, du würdest jetzt bei Ripple auch nicht die 6.000 Dollar ausschließen? Nein. Also die 6.000 Dollar könnten rein theoretisch irgendwann mal kommen, aber das dauert noch wirklich sehr, sehr lange. Also ich kann mir vorstellen, dass das noch 10, 15 Jahre dauert mit den 6.000 Dollar. Ja, ich sehe das ja ein bisschen anders. Wie gesagt, meine Prognose habe ich schon gesagt, ich bin ein bisschen tiefer da, aber immer dieses Argument, also es kommen viele Leute mit diesem Argument Market Cap und ich glaube, dass man das gerade bei Ripple und generell im Kryptomarkt bei vielen Projekten bezüglich den Anwendungen einfach nicht anwenden kann. Gerade wir wissen, ungefähr ein Sechstel erstmal des Market Caps sind nur real wirklich da drin und wir haben diese ganze Terra-Blase, also die ganze USDT-Blase, also diese Tether-Blase und ich glaube, dass da halt einfach später, wenn die Anwendungen da sind, wie sie dann gesagt haben, Derivatenbereich, ODL, das On-Demand-Requidity-Team, Finanzbereich, ganz überschreitende Zahlung, dass wir da einfach, wie gesagt, dann ein viel größeres Volumen haben, was den Preis so extrem nach oben schießen wird. Und David Schwarz hat es ja damals selber gesagt, dass der Preis einfach von XRP nur, also dass generell das ganze System nur funktionieren kann, wenn der Preis von XRP relativ hoch ist und dann, ja, gehe ich auf jeden Fall auch stark von aus. Ja, und ich habe nicht mal NFT und so alles aufgezählt, Dave, da kommt ja noch so viel dazu. Wir sind ganz, ganz am Anfang und die Leute merken das nicht und die sind so ungeduldig und sagen, ah, wann geht es los, wann, when, Lambo und sowas alles. Aber wenn, Lambo, ganz bestimmt nicht, denn so schnell geht das nicht. Okay, naja, na gut, dann haben wir ja den Punkt auch schon mal. Ich meine, ich sehe es auch sehr entspannt, so. Ich meine, klar, das sind erstmal hohe Zahlen so, schauen wir mal, ob die erreicht werden. Ich meine, ich hatte früher schon nochmal ein bisschen anderes Bild von Ripple, gerade auch zahlentechnisch, bin da aber schon mittlerweile ein bisschen runtergekommen, weil ich nochmal ein paar Sachen mehr angeschaut habe, wo ich dann dachte, okay, klar, es kann in 10, 15 Jahren viel passieren, aber ich sehe da jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren noch nicht ganz so viel. Aber schauen wir mal. Es kommt halt echt darauf an, wie krass wird das Ganze zum Mainstream etabliert oder im Mainstream etabliert. Aber wie du sagst, so die Zahlen, die es auf dem Derivatenhandel gibt oder auf dem Derivatenmarkt, so, wir sind bei Krypto noch ganz am Anfang. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Und da sind auf jeden Fall Gelder noch, die in den nächsten 10 Jahren dazukommen. Das können sich auch viele noch nicht vorstellen. Weil viele ja schon bei XRP, sagen wir mal, wenn wir bei einem Kurs von 10 Dollar reden, ja, aber das wäre dann so und so viel, rechnet sich das hoch. So, du kannst ja nicht einfach stumpf die Market Cap hochrechnen. Das funktioniert nicht, aber wenn sich Leute noch nicht mal 10 Dollar vorstellen können, dann wird es halt in meinen Augen ganz schwierig, weil das sehe ich ohne Probleme. Da ist bei mir nur die Sache, gut, wann passiert es, aber es wird in meinen Augen passieren. Wenn ihr mal ein paar Punkte noch aufzählen wollt, warum seid ihr so fasziniert von Ripple beziehungsweise XRP? Ich meine, wir beschränken es mal auf drei Punkte. Also was würdet ihr sagen, sind so die drei krassesten Argumente für Ripple beziehungsweise XRP? Ich würde sagen Partnerschaft, Use Case und ja, Technologie auf jeden Fall. Also wenn man sich da ein bisschen mit befasst, auf jeden Fall die Partnerschaften sind absolut krass. Da kann, glaube ich, im Kryptobereich kaum einer mithalten, wenn man sich da ein bisschen mit befasst. Und ja, generell Technologie wird, glaube ich, wir sind hier nicht dabei, Smart Contracts, natürlich auch Smart Contracts zu entwickeln, aber Ripple wird das ganze Finanzsystem umwerfen. Und ich glaube, dass das schon ein bisschen was anderes ist. Und ja, die drei Punkte würde ich sagen. Ganz klar zu sagen, also ich finde die Technologie und das Ganze rundherum von Ripple persönlich nur natürlich gut, weil ich da selber drin investiert bin. Aber wenn ich mir das jetzt alles so vorstellen will, finde ich Bitcoin natürlich besser. Also ich würde mir gerne vorstellen oder wünschen, ein dezentrales Zahlungssystem zu bekommen. Aber ich sehe das alles ein bisschen realistischer. Ich habe noch zu Krypto gekommen, weil ich sehr kritisch gerne Sachen sehe, viel mit Geopolitik und Finanzpolitik, mich da sehr für interessiere. Und ich finde einfach, dass es nicht so realistisch ist, dass wir, wie gesagt, ein dezentrales Zahlungssystem wie Bitcoin bekommen, sondern eher im Bereich CBDCs. Und deswegen, das fasziniert mich auf jeden Fall ein bisschen mehr in dem Bereich auf jeden Fall. Okay, ja. Habt ihr sonst natürlich, denke ich auch, andere Währungen noch im Portfolio? Wenn wir mal so auf die, ich sage jetzt mal, die größten fünf blicken, was habt ihr an den ersten fünf? Oder ich denke mal, vielleicht ist es auch unterschiedlich bei euch beiden. Wie sieht es bei dir aus, Luis? Also meine erste, also meine höchste Position ist auf jeden Fall ganz klar Ripple. Bin ich mit 60 Prozent investiert. Aber ganz klar natürlich noch andere Projekte. Wir haben so viele geile Projekte, sag ich mal, im Markt. Meine zweite Position ist VeChain. Da bin ich auch sehr großer Fan von. Dann XLM, Algo und Quant. Also das sind jetzt meine größten Positionen, wo ich vertreten bin. Sonst generell, ich finde das wichtig, in jeden Bereich reinzugehen. Jedes in jedem Bereich abzudenken. Aber die Positionen sind meine größten. Okay. Bei dir, Sinan, sieht es ähnlich aus? Oder hast du komplett anders? Das sieht tatsächlich ähnlich aus. Und ich bin mit 80 Prozent bei XRP drin. Also 80 Prozent meines Portfolios ist XRP. Zweiter Platz ist auch VeChain, wie bei Luis. Da merkt man schon, dass wir uns öfters unterhalten. ADA, also Cardano. Dritter Stelle. Dich gefolgt von Bitcoin und auf jeden Fall Veracity. Da habe ich sehr viele auch von. Und ja, davon halte ich übrigens auch viel. Ich weiß jetzt nicht, wie du dazu stehst. Das feiere ich auch, ja. Klar, ist natürlich Low-Cap, aber sehe ich auch im nächsten Bullrun auf jeden Fall deutlich höher. Also ich denke, da geht nochmal eine Rakete los. Ich meine, die haben ja auch die Riesen-Community hinter sich. So gefühlt jeder spricht auch davon. Ich finde, das ist auch immer so ein Ding. Ich meine, wenn alle YouTuber das schon so ein bisschen pushen, merkst du halt auch, da könnte auf jeden Fall was gehen, so gerade im nächsten Run. Aber kommt jetzt halt auch drauf an, wie die abliefern. Ich meine, du kannst nie sagen, was es in drei Jahren ist. Schauen wir mal. Habt ihr Low-Caps auf dem Schirm aktuell? Irgendwas, wo ihr sagt, okay, das könnte sein, dass wir am nächsten Bullrun echt nochmal was Krasses sehen vielleicht? Ja, am nächsten Bullrun, ich würde generell, also ich investiere immer gerne komplett in die Zukunft. Also ich sage immer so auf fünf bis zehn Jahre und da würde ich Singularity Net, also Argix, sehr, sehr weit oben sehen. Weil ich im Bereich KI und Roboter-Technologie auf jeden Fall auch sehr, sehr viel Potenzial sehe. Und da glaube ich, dass die gerade im Medizinbereich auf jeden Fall sehr krass fortschreiten werden. Mit der vierten industriellen Revolution werden wir auf jeden Fall einen anderen Schwung kriegen, sage ich mal. Wie gesagt, das wird alles viel mit KI, Roboter-Technik, ja, dahin gehen und da glaube ich einfach stark dran. Wenn ihr drei Tipps an Neulinge, an Krypto-Einsteiger etc. geben könntet, was würdet ihr ihnen mit auf den Weg geben und warum? Ja, also ich möchte was dazu sagen und zwar bitte vertraut niemanden, also wirklich niemanden und zwar haben wir es jetzt öfters mitbekommen, der Luis und ich, auf sämtliche Telegram-Gruppen und, und, und. Die Leute vertrauen einfach wildfremde Leute ihre Daten an, ihre Passwörter an, hatten wir jetzt auch so einen Fall. Die, vertraut bitte niemandem, vertraut nicht mit irgendjemandem, mit denen ihr, sage ich mal, eine Woche, einen Monat, hast nicht gesehen, schreibt und, ähm, das machen so viele und auch diese 24 Passwörter, die man kriegt, sage ich mal, wenn man eine Hardware-Wallet hat und so, äh, die Passwörter sind ja nicht umsonst da und wenn man die auch weitergibt, ja, dann kein Wunder, dass man gehackt wird. Deswegen, Leute, bitte vertraut niemanden, nicht mal euren Vater, nicht mal euren Onkel oder euren Nachbarssohn, vertraut einfach niemanden, weil heutzutage kann man wirklich niemanden trauen und es ist, die Welt ist nun mal böse und das ist, es ist. Ja, und immer auf jeden Fall eigene Research machen, das ist ganz, ganz wichtig, also man sieht so oft, dass einfach, äh, die ganzen Leute einfach den YouTubern blind hinterher rennen und, äh, wenn man, sagen wir mal, über ein Projekt spricht, dass er direkt rein gewischt wird, einfach mal selber, äh, äh, Recherche machen und, äh, sich selber informieren und das ist ganz wichtig, das machen echt noch die wenigsten, ne? Genau. Ja, auf jeden Fall, ja. Okay, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Leseratten seid oder eher so Podcast-Hörbüchermäßig, ähm, habt ihr da irgendwas, was in die Richtung, egal ob es jetzt ist, Kryptowährung ist, Finanzen, äh, Mindset, ähm, was ihr den Leuten empfehlen könnt, so, um sich auch weiterzubilden? Ja, ein Buch würde ich empfehlen, finde ich sehr interessant, so bin ich auch zu Krypto gekommen, also ich habe mich ja immer mit sehr kritischen Meinungen, ähm, ähm, auseinandergesetzt und das ist von Ernst Wolf, ähm, The Wolf of Wall Street, also geht es einfach um dieses ganze Finanzsystem und, ähm, um die Geldpolitik und ich bin nicht mit jeder Meinung, sag ich mal, äh, d'accord mit ihnen, aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant und ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man sich über das Finanzsystem, sag ich mal, weiterbildet. Wenn man dieses versteht, versteht man eigentlich die Welt und diese ganze, wo es hingeht, wie es in der Zukunft aussehen wird und das, finde ich, ist ganz wichtig, also gerade im Bereich Buch kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Sonst natürlich, äh, wie gesagt, Krypto-Youtuber, also hier die, die Altbekannten, ähm, wenn es um Krypto geht, ähm, auf jeden Fall. Okay, ähm, Buchlesen, Dave, bist du Leserate? Nee, bei mir im Buchlesen, ähm, ich habe mir heute darüber Gedanken gemacht und, ähm, ob ich wirklich irgendwann mal ein Buch lese. Ich lese jedes Jahr immer ein Buch und das ist jedes Jahr im Sommerurlaub am Pool. Keine Ahnung warum, aber meistens sind das irgendwelche Geschichten, dann gehe ich in die Bücherei oder, ähm, in einen Buchhandel und dann wird mir ein Buch empfohlen und das lese ich, also hat meistens nichts mit Kryptos zu tun, irgendwelche Love-Stories meistens und, ja. Okay, na gut, dann wird es Zeit. Ich kann dir Dinge empfehlen hier, Rich Dad, Poor Dad, das ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, gerade auch der Umgang mit Geld und so weiter, also ist sehr, 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 sehr spannend. Kannst du dir mal reinziehen, so für den nächsten Pool-Urlaub auf jeden Fall, ja. Ja, auf jeden Fall. Es ist aber wichtig, sich da weiterzubilden, ne, gerade Bücher, ne, das ist immer, viele hören nur und, ähm, im Bereich Buch, also Lesen, ähm, bleibt das alles nochmal ein bisschen schneller oder ein bisschen länger im Kopf drin und das ist gar nicht verkehrt. Ja, toll. Ja, wir sind eigentlich schon am Ende. Was, äh, sehen die Leute bei euch auf dem Kanal und, ja, warum sollen sie zu euch rüberkommen? Also bei uns findet man auf jeden Fall eigentlich täglich Videos. Wir machen täglich Contact und, ähm, bei uns kriegt man alles rund um XAP, allgemein die X-Coins, die X-Cryptos wie XDC, XLM und so sind auch sehr vertreten, aber auch WeChain, Quant und Sonstiges. Und, ähm, ja, wenn man, denke ich mal, XAP-Fan ist oder XAP-Sympathisch findet, kann man gerne mal bei uns vorbeischauen. Wir versuchen das einfach schön locker, cool rüberzubringen, das nicht zu spießig zu machen, sag mal, für jeden Mann, der, jeder Frau, sag mal, die, die das ein bisschen lustig haben möchte, ein bisschen gelassener, wie gesagt, das wollen wir so rüberbringen. Und, äh, genau. Bei uns gibt es so ein bisschen Spießchen, Häschen ab und zu mal und, äh, auch sehr ernste Themen werden angepickt. Okay, deswegen schaut sehr, sehr gerne vorbei. Ich meine, wie, wie Sie es auch schon gesagt haben, es ist halt auch so ein bisschen mit Humor, ähm, ja, aber schaut mal rein, so ist auf jeden Fall unterhaltsam, informativ, aber halt eben noch so ein bisschen, bisschen Humor auf jeden Fall. Ähm, ja, das war's auf jeden Fall schon. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch, hat mich gefreut. Im Titel seht ihr es, wie gesagt, nochmal, XAP Deutschland. Und, ja, bis bald, würde ich sagen. Peace, peace. Ja, haut rein, Leute. Ciao.